Unsere Wirtschaft steht vor dem Abgrund. Die Insolvenzen sind bis auf 250% angestiegen und große Firmen wie Ford, Schaeffler und BASF verlagern einfach ins Ausland. Die neuesten Zahlen sind wirklich dramatisch. Alle Details in diesem Video. Los geht's! Auf der offiziellen Statistikseite der Europäischen Union, also Eurostats, kann man seit kurzem Folgendes lesen. Q4 2022, Unternehmensinsolvenzen am höchsten seit 2015. Und das ist echt ziemlich krass und auf diesen Artikel und diese Zahlen möchte ich gleich etwas tiefer eingehen. Bevor wir aber zu den Insolvenzen kommen, möchte ich noch einmal über die großen internationalen Firmen zu sprechen kommen, die jetzt aus Deutschland flüchten. Letzte Woche hatte ich ja bereits ein Video gemacht über den größten europäischen Chemiehersteller, die BASF. Und aufgrund der Energiekrise mit seinen dauerhaften Folgen, die Betonung liegt hier wirklich auf Dauerhaft, müssen die BASF jetzt die ersten Anlagen schließen und über 2700 Menschen werden entlassen und sie verlagern ihre Produktion teilweise ins Ausland. Vorzugsweise nach China und in die USA, wo die Energiekosten natürlich nur ein Bruchteil sind. Und gestern gab es dann einen Artikel auf der Welt, wo auch der Chef vom Automobilzulieferer Schaeffler Klartext geredet hat. Der Titel lautete, unsere nächsten Werke bauen wir in Amerika. Die Welt fragte nämlich Schaeffler, ob sie vom amerikanischen Inflation Reduction Act profitieren werde. Und der Schaeffler-Boss Klaus Roosevelt antwortete, dass sie die nächsten Werke in Amerika bauen werde und dass Europa der Verlierer der Umverteilung sein werde. Und außerdem geht Rosenfeld auch sehr hart mit der europäischen Energiekrise und mit den Politikern der Bundesregierung ins Gericht. Er spricht nämlich davon, dass die Energie- und Gaspreisbremsen nicht wirklich überzeugen und auch nicht helfen. Er ergänzte dann noch, dass man wirklich alles tun muss, um die Deindustrialisierung zu vermeiden, da es um unsere Wettbewerbsfähigkeit geht. Und er sagte auch, dass die Politik nicht immer alles von oben steuern muss. Und damit spielte er auf das Verbrennerverbot an, was ja vor kurzem in der EU und damit auch in Deutschland beschlossen wurde. Und Schaeffler verdient nämlich gerade hauptsächlich sein Geld noch mit Verbrennermotoren. Und deswegen hatten sie damals im November auch schon angekündigt, jetzt 1300 Stellen abzubauen. Tja, und ein weiterer prominenter Fall ist zum Beispiel die Firma Ford, die ja bereits Mitte letzten Jahres angekündigt hatte, dass sie die Produktion des neuen Elektroautos lieber in Spanien machen werden als in Deutschland. Die Augsburger Allgemeine schrieb wie folgt dazu. Ford wird sein erstes vollständig selbstentwickeltes E-Auto nicht in Deutschland bauen. Der US-amerikanische Autohersteller hat sich laut einem Bericht der spanischen Zeitung El Pais gegen den deutschen Standort im Saarland entschieden. Stattdessen soll das Elektroauto im spanischen Valencia in Produktion gehen. Dem Werk im Saarland und den 4600 Beschäftigten drohen nun schwere Einschnitte. Mit Zulieferparks kommt der Standpunkt sogar auf 5900 Mitarbeiter. Sie alle müssen sich womöglich um ihren Job sorgen, denn es droht sogar die komplette Schließung des Ford-Werks. Die Gnadenfrist geht bis 2025, solange wird im Saarland der Ford Focus produziert. Dadurch gibt es keine Beschäftigungsgarantien mehr und ein Werk ohne eigenes Modell ist in der Autoindustrie traditionell ein Kandidat für die Schließung. Und was jetzt genau die Gründe dafür bei Ford waren, das wird nicht verraten. Aber man kann einfach festhalten, Deutschland verliert den Wettbewerb sogar gegen Spanien. Und so wie der BASF, Schaeffler und Ford, geht es einfach sehr vielen großen internationalen Firmen in Deutschland. Die aktuelle Energiekrise, die wir haben, das ist jetzt keine kurzfristige Sache. Und man muss nicht mal nur eben ein oder zwei Winter überstehen, wie es Habeck gerne sagt. Sondern wir hatten einfach den riesengroßen Wettbewerbsvorteil in Deutschland. Und das war die billige Energie und die Fachkompetenz, die wir in Deutschland hatten. Der erste große Wettbewerbsvorteil, die billige Energie, die hatten wir ja hauptsächlich aus der Pipeline aus Russland. Tja, aber das haben wir leider jetzt für immer verloren. Vor allen Dingen, weil die Grünen ja sagen, sie wollen eigentlich nie wieder Geschäfte mit Russland machen, egal wie der Krieg ausgeht. Also kaufen wir einfach fünf bis acht Mal so teure LNG-Energie auf dem Weltmarkt, vorzugsweise aus den USA. Tja, und in den USA und in China hingegen, dort haben die billige Energie ohne Ende. Und die werben halt mit ihren Wirtschaftsprogrammen, wie zum Beispiel den Inflation Reduction Act, jetzt einfach unsere Produktion ab. Und mal nebenbei gesagt, China baut allein dieses Jahr so viele Kohlekraftwerke neu, wie wir in Deutschland insgesamt haben. Tja, und zu dem zweiten großen Thema, ja, deutsche Fachkompetenz und Made in Germany, ja, da brauchen wir eigentlich auch nichts mehr dazu sagen, weil wir haben einfach ein riesiges Demografieproblem. Unsere ganzen kompetenten Fachkräfte, die wir jetzt noch haben, die gehen jetzt demnächst einfach reihenweise in Rente und es kommen einfach zu wenig nach. Und auch die Zuwanderung kann dieses Problem nicht stoppen, da einfach ein großer Teil der Zuwanderer nicht qualifiziert genug ist oder auch nach kurzer Zeit, ja, Deutschland wieder verlässt. Da gibt es ja mittlerweile auch schon so Haufen Studien dazu. Das heißt, wir haben einfach ein riesengroßes Problem, dass die großen internationalen Firmen einfach ins Ausland abwandern, wo die Rahmenbedingungen besser sind. Und die ganzen kleinen Mittelstandsfirmen, ja, die nicht auswandern können, tja, die gehen einfach pleite. Wie gesagt, auf Eurostotz konnte man ja diese Woche einen sehr beunruhigenden Artikel lesen. Wie gesagt, Unternehmensinsolvenzen am höchsten seit 2015. Und im Beitrag steht, die Zahl der Insolvenzanmeldungen von Unternehmen in der EU stieg im vierten Quartal 2022 erheblich, 26,8 Prozent über dem Vorquartal und erreichte den höchsten Stand seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2015. Die Zahl der Insolvenzanmeldungen stieg in allen vier Quartalen von 2022. Guck dir einfach mal folgende Grafik an, ja. Hier in dieser Grafik kannst du jetzt die Insolvenzanmeldungen seit 2015 sehen und du siehst auch, dass wir eine sehr lange Zeit ziemlich stabil waren, ja. Es ging ein klein bisschen hoch, es ging ein klein bisschen runter, aber es ist ziemlich stabil geblieben. 2020 gab es natürlich einen großen Einbruch bei den Insolvenzanmeldungen, was einfach daran lag, dass es in vielen Ländern, ja, wegen Corona, dass dann die Pflicht zur Insolvenzanmeldung einfach ausgesetzt wurde. Also auch wenn du insolvent bist, das musst du normalerweise ja anmelden, ansonsten ist es eine Insolvenzverschleppung, aber zu Corona-Zeiten wurde das einfach ausgesetzt und damit natürlich Insolvenzen runtergegangen. Aber seit Mitte 2022 siehst du, dass die Kurve extrem steil nach oben geht, ja. Insolvenzen im Finanzbereich 110%, Insolvenzen im Bildungs- und Gesundheitsbereich 140%, Insolvenzen im Hotel- und Gastronomiebereich 190%, Insolvenzen im Transportbereich 250%. 250%, ja, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist echt krass. Also meine lieben Zuschauer, unsere Industrie, ja, hat jetzt in den zwei Jahren Corona sehr, sehr viel Geld verloren und die jetzige Energiekrise gibt unserer Industrie einfach den Rest, ja. Und ich sehe es ja an dem Beispiel meines besten Studienkollegens, ja, der mit seinem Metallunternehmen seit 2020, seit er es angefangen hat, einfach um sein Überleben kämpft. Das ist krass. Und unsere gesamte Industrie, ja, und Wirtschaft, die wird einfach von der aktuellen Politik kaputt gemacht und das verursacht einfach dauerhafte Schäen, ja. Man kann jetzt nicht sagen, oh, in zwei Jahren gibt es ja Neuwahlen, dann wird alles wieder gut, alles wird besser. Nein, das, was unsere Regierung nämlich jetzt kaputt macht, das wurde früher über Jahre aufgebaut und geht jetzt einfach, bupp, wieder verloren, ja. Und aktuell geht es unserer Bevölkerung offenbar immer noch zu gut, dass sie im Großteil noch keinen Grund sehen, sich zu beschweren. Das liegt aber einfach daran, dass die deutsche Wirtschaft spätestens seit 2020 nur noch von der Substanz lebt und die wird mit jedem Tag weniger. Und um es euch nochmal deutlich zu sagen, möchte ich euch ein kleines Beispiel bringen. Ich stelle dir vor, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie war eine Kuh, ja. Und mit dieser Kuh, dieser Kuh konnte man einfach billiges Futter geben, ja, und dafür hat sie jeden Tag Milch produziert und die konnte man dann verkaufen. Und davon haben wir gelebt. Jetzt haben wir aber kein billiges Futter mehr für die Kuh und können die Kuh nicht mehr ernähren. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kuh zu schlachten. Tja, und das Fleisch von der Kuh, das können wir jetzt noch ein Weilchen weiterverkaufen und von diesen Einnahmen leben. Aber irgendwann ist das Fleisch alle. Dann haben wir keine Milch mehr, wir haben keine Kuh mehr und wir haben kein Fleisch mehr. Dann ist wirklich Ende im Gelände. Und die BASF, die hat wie gesagt jetzt den Anfang gemacht, ja. Schau dir dazu einfach das Video an, was ich dir unten verlinke, weil dort zeige ich dir, wie die BASF jetzt einfach seine Produktion nach China verlagert und viele andere Firmen dem folgen werden. Tschüss.